Ich weiß nicht, wie ich's dir sagen soll, Jodie, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben, alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn's dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Es reicht. Los, komm. Jodie. Wir sind hier. Wir sind immer für dich da.